Im Haus Wawal gibt es auch einen Haushund und zwar die Mia. Die Mia ist eine junge, fünfjährige Golden Retrieverlady und liebt die Kinder über alles und braucht jeden Tag ganz viel Streicheln und die holt sie sich auch von ihrer Gäste. Die Mia ist auch mit anderen Hunden sehr freundlich und deswegen ist das Haus Wawal der richtige Platz für einen Urlaub mit Hund. Lange Spaziergänge sind möglich und so wie ihr es jetzt seht, sind wir schon bereit, dass wir aussehen können. Auf geht's Mia, ins Wasser und wenn der zweite Hund dabei ist, dann macht es doppelt Spaß. Also, wovor bringt ihr euch eine nächste Auszeit? Ich freue mich auf euch. So Mia, komm, wir gehen. Hopp hopp, auf geht's, aussehen, husch husch. Hopp hopp. Hopp hopp hopp. Hopp hopp hopp. Man judging nach man.. ... Vielen Dank.